Ja, zwei dunkle Wasser sehen, die jetzt die gewaltige Macht bei der Trollarmee zu spüren bekommen. Immer schön draufhauen und mit Steinen bewerfen. So, wenn wir das Portal betreten, haben wir keinen Urias mehr. Darf ich töten? Nur am Leben. Und ja, das kann ich mir gerade sparen. Gut, Questlog. Der letzte Drakon. Das folgt, ob Kain stürzt in einem Bürgerkrieg. Quake und Schalach muss heimkehren und seinen rechtmäßigen Platz als Führer der Gokain einnehmen. Sucht Quake jenseits des Dunkelwehrgebirges. Quake ist von Maskierten entführt worden. Ihr müsst ihn finden und befreien. Ja, Schlacht am Rabenpass. Löst das Rätsel der Hebel. Bedient alle Hebel, um den Zugang zur Festung zu öffnen. Achtet aber auf die Patrouillen der Gegner. Gut. Äh, deswegen speichern wir Sicherheitshalber mal hier. Drauf gehen möchte ich nämlich nicht. Äh, hi. So, natürlich sind es wirklich Patrouillen, die nicht random gehen. Anders als später. Ja, ein rostiger Hebel. Den Hebel umlegen. Ein Knirschen ist zu hören. Die Ausgangstor der Festung öffnen sich. Äh, nicht gut. Doppelt nicht gut. Kämpft! Äh. Wirst du wieder normal, wenn ich hier durchgehe? Oder bleibst du jetzt für immer hier stehen? Nein, du wirst wieder normal. Gut. Gehst du wieder auf deine Patrouille zurück? Doppelt gut. Okay. So, das heißt, ich kann den Hebel umlegen. Ein Knirschen ist zu hören. Ein Tor innerhalb der Festung öffnet sich. Gut. Das heißt, ich kann auch schnell hier runter hechten. Und den Hebel umlegen. Erste Eingangstore der Festung öffnet sich. Ja. 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 Ich sitze hier jetzt gerade ein bisschen doof. Okay. Ah, nicht gut. Ah, nicht gut. So, den Hebel umlegen. Knirschen ist zu hören. Ein Tor innerhalb der Festung öffnet sich. Da bleibt nur noch der Hebel hier. Und damit sollte alles offen sein. Ja. Ein alter rostiger Hebel. Den Hebel umlegen. Im Fels ist ein Knirschen zu hören. Heißt der Eingangstore der Festung öffnet sich. Das müsste das Tor sein. Und damit haben wir eigentlich alles offen. Das ist schlecht. Nein, doch nicht ganz. Das ist schlecht. Ich habe es gerade so geschafft. Jetzt raus hier. So. Was ist? Euch zwei. Was denn? Auch gut. Wieder auf die Nummer. Euch und euch auf die Nummer. Dich, 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 dich. Auf die Nummer. So. Hier. Ja. Hau, hau, hau. Er zittert, Lichtgläubige. Mir nach. So, jetzt heißt es wieder ordentlich draufhauen. Ja. Gehen wir hier lang. Da oben ist mir zu viel los. Für die Rune. Hau ab. Verschwindet. Und los. Vorwärts. Vorwärts. Zum Angreif. Wo kommen die her? Die sollen weggehen. Geht's los? Wo ist meine Keule? Die sollen weggehen. Die sollen weggehen. Ja, vorwärts. Was wollen die? Sofort. Vormangreif. Verschwindet. Was ist passiert? Verschwindet. 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 Was ist passiert? Wo ist meine Keule? Vorsicht. So, hier hinten muss der... ...ist tollen Monument sein. Die sollen weggehen. Ja, versucht in die vierte Festung zu gelangen. Ja. Ich habe einen Werfer verloren und ansonsten sehr viele Champions. Ich fände gerade so auf, ich habe auch die Nahrung für das letzte Upgrade. Verschwindet. Verschwindet. Schrecklinge. Wo ist meine Keule? Die sollen weggehen. Verteidigt euch. Jetzt erstmal unsere Truppen wieder auffüllen. Während ich gucke, ob irgendwo noch Truppen rumliegen oder Gegner. Was denn? Darf ich töten? Ja, auch wenn ihr dafür eine Weile braucht, bis ihr hier seid, der richtet mir mal hier oben. Neu Geierhort. Wir haben eh Zeit, bis wir genug Truppen wieder zusammen haben. So. 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 So, das wird mich einmal sicher! Oh, bitte. Was? Wir haben auf jeden Fall sehr viele Runen wieder zu verkaufen. Wir haben Zauber zu verkaufen. Sollte uns genug Geld geben, um wenigstens unseren Prinzeps zu ersetzen. Und ja, den Prinzeps werde ich dann auch verkaufen. Was ist? Was denn? Darf ich töten? So, ein Schleuderer und vier Werfer für unsere Fernkampftrubbe. Ja, meine Trollarbeiter sind gerade mal hier erst. Wir müssen sie noch durch die ganze Festung durchlatschen. Und ich kann einen Dunkelhäfen-Titan, äh, ja doch, Dunkelhäfen-Titan. Eine Arachno holen. Die soll dann unseren Zyklopen unterstützen. Weil vor allem, wenn wir dagegen Rohn kämpfen, können wir ein bisschen mehr Kraft gebrauchen. Ja, mieser Spoiler, wir kämpfen gegen Rohn. Haben wir ja nicht schon vor ein paar hundert Folgen ja, ungefähr 100 Folgen gemacht. oder 50 Folgen. Also ja, ich hatte erwartet, dass das Let's Play so an die tausend Folgen werden würde. Aber so 750 finde ich ja jetzt doch etwas realistischer. Wenn ich mir überlege, was wir noch alles vor uns haben. Äh, noch eine hiervon. Und dann brauchen wir noch Champions. Was? Wie? 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 Noa macht uns stärker, Meister. 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 Bringt zwar nicht viel, aber ich habe vor Stoß im Gehen. Noa macht uns stärker, Meister. ganzen Fähigkeiten. Hm. So, letzter Champion. Oh, meine Arbeiter sind schon dort. Oh, meine Arbeiter sind schon dort. Oh, meine Arbeiter sind schon dort.